Bewegung und Gesundheit, das ist mir wichtig. Ob privat oder im Beruf, ich möchte nicht auf der Stelle stehen bleiben. Deshalb bin ich froh, dass ich die Weiterbildung zum Fachwirt in der Alten- und Krankenpflege gemacht habe. Vormiligen neue Herausforderungen, denn zukünftig werde ich die Pflegedienstorganisation übernehmen. Meine praktische Erfahrung wird mir dabei sicherlich helfen. Durch die Weiterbildung bin ich gut vorbereitet auf die organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aufgaben im Pflegemanagement. Ich bin stolz auf den TÜV-Abschluss und ich freue mich auf den Karriersprung mit neuer Verantwortung. Die TÜV Rheinland Akademie ist für mich genau der richtige Partner, jetzt und in Zukunft. Aktuell und kompetent. So bleibe ich immer auf dem Laufenden. Bewegung ist für mich Anspannung und Entspannung zugleich. Sie gibt mir Zufriedenheit und die Kraft, Verantwortung zu übernehmen. Wir sehen uns beim letzten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.